Moin Moin! Und herzlich willkommen zurück! Halleluja, was geht denn do ab, ey? Ja, ja, ich bin hier schon dabei. Gut, reparieren, ausruhen, also Kasse und Ding ist besetzt, ich muss nur... Soooo! Halleluja, siehst du da aus, ey! Halleluja, war gut! Perfekt! Äh... Machen wir da, boah! Do lege ich mal, boah hier! Zeitungen, bitteschön! Bitteschön! Hüt! Good job! Haben wir genug, Getränke! Halt, hab ich einen Haufen Zeug, das ist ja der Wahnsinn! Voll, Alkohol ist voll, die kriegst du auch noch, bitteschön! Alles voll? Haha! Wie geil ist das denn? Hahahaha! Hahahaha! Zum Wohl drüge guge! Oh leck dich doch! Lagerhaus? Ah ja! Okay! Mal gucken, was wir da alles bestellt haben! Ja! Wie ist die Fahrt mit dir? Ja! Ah! 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 Wollen wir auch mal fünf? Dann kriegst du von mir auch fünf, da kriegst du noch fünf, einfach oder gar nichts! Ah! Mal noch fünf! Und der Rest kommt dann rüber! Sagen wir, äh! Ah ja! Okay! Wollte schon sagen! Okay, also wir bestellen mal ein bisschen Öl! Also wir brauchen definitiv von den Kratzer! Kratzer-Einferner! Definitiv! Also, da ist überhaupt kein Spiegel mehr! Halleluja! So, Kratzer-Einferner brauchen wir definitiv! Autospiegel! Oh, die sind schon günstig! Nehmen wir auch mal 20 mit! Motoröl nehmen wir ein bisschen! Batterien nehmen wir mal drei, vier Stück! Zündkerzen, Kühlenmittel nehmen wir auch mal ein paar! 3100! Ja, leck mich doch! Ja! Ich bin schon da! 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 Welches Handhüchel? Natürlich. Oh, moanerster! Das Ding ist wahrscheinlich gleich wieder... ...gleich wieder lernt der Scheiß-Amarad. Was? Was? So... Den hält er mir mal raus. Oh, polizente Auto auf die Scheine geschoben. Ja gut, der stört ja gerade, komm! Ja gut, komm! ... Diss! Und noch mal kurz. Wenn ich da mal irgendwie durchkommen würde, mal schnell dreimal tanken. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Herrgott, mach doch mal hin! So? Ich sehe gerade, die anderen machen alle Pause. Wie gesagt, wir lassen den jetzt mal genau da stehen, falls es wieder losgeht. Merkst du mir das Zeich für die Werkstatt? Ich hasse diese Scheiß-Sandstürme. Die gehen mir richtig auf den Sack, ey. Diese blöden Sandstürme, jedes Mal derselbe Scheiß. So, nein damit. Und der auch rein damit. So, Jungs, pass doch mal auf. Als erstes Mal müssen wir die Anstellung bezahlen. Dann gehst du mal sofort an die Kasse. Ach, was mache ich denn? Und du? Gehst Auto reparieren. Wobei ich den jetzt gerade mal kurz dezent hälte und zumindestens mal das Auto mache. Lös. Wie immer, vorne, rechts. So. Gut. Werd' mal. jetzt Tür also irgendwas ist hier wieder faul das Auto hat es mal dezent nach der Trippe verschoben wie geil ist das denn Kühlflüssigkeit brauche ich auch noch ich glaube wir müssen mal die Autos fort dass die mal alle abhauen das ist ja katastrophal die Autos müssen weg das hilft alles nichts wir müssen hier mal komplett neu stattmachen den Sprit nehmen wir noch mit nur noch einer an der Kasse zwar in der Werkstatt also es hilft nichts die Autos sind so verstreut wir müssen mal runter ja es ist hier wenigstens wieder mal ein bisschen klar Schiff daneben derzeit ich muss schnell dem sein blödes gekritzelter wegmachen ich bräuchte schon wieder rein da schlangen wir mal voll zu Moment 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 ich wollte noch Ding mitnehmen Kühlmittel Batterien der hat noch ein paar Kühlmittel da hat er auch noch da hat er auch noch Spiel passt Reifen hat er da genug ja das sieht ganz in Ordnung aus machen wir das auch schnell eigentlich wollte ich da eigentlich wollte ich da Herrgott noch einmal ey Kraftstoff einmal ja der kann jetzt warte hey 3333 Euro 3 und schade 70 das wäre Ding gewesen ich glaube wir müssen dann so besommelst Ding dicht machen und müssen mal gucken was wir alles machen können da steht nur einer an der Kasse das heißt ich war es oh komm den mach ich wieder mal guck mal das Ding geht gar nicht mehr sauber so dreckig ist das 112 Dollar du kannst öfters gucken läuft äh wie sieht das jetzt aus bezahlen wir mal ja bezahlen wir mal ja Ja, machen wir die Ähne noch und dann gucken wir mal. Der wartet schon ein bisschen länger. So, dann wollen wir als erstes definitiv mal Sprit bestellen, das ist das erste. So, 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 und dann auch noch mit. Ja, Sauer Bucks . 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 So? und ab so die parkunde machen wir jetzt noch und dann machen wir die tagstelle mal dichter weil wir mal ein bisschen aufräumen dann die ganze bestellung machen zeug nachgucken streichen und was weiß ich was alles ihr könnt so viel hubel da draußen wie ihr wollt das ist mir eine schnuppe sauer läuft weiter nächster der füllt doch nur mein zeug auf man macht aber kein stress da draußen ja 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 so läuft bei mir So Den nehmen wir mit Den nehmen wir mit Und den nehmen wir auch noch mit Einer in der Werkstatt Oh Wieso Hups Jetzt habe ich die weggedrückt Die war schon offen Egal Was soll's Wie gesagt Guckt euch Wie das hier ausschaut Wie im Schweinestall Also Ich muss hier sauber machen Ich muss hier aufräumen Und Ding Also Es hilft alles nichts mehr So Drei Und dann kannst du schon wieder Alter ihr könnt mich mal Okay Nichts mehr Schnauze voll Du hast Glück dass du gerade noch Schritt kriegst Jetzt ist Fire oben Schnauze voll Ganz schwer Zug Alles zu So Komplette Tankstelle ist geschlossen So Saubere Sache So ihr Bube Äh Jetzt ist ja hier Mal Rums Bombs Aus die Maus Anscheinend wollen die zwei noch was Okay Machen wir die halt auch noch Was soll's So Den machen wir noch Gott Weißt du wie der aussieht Der sieht aus wie Markus Maria profitlich Hahaha Was soll's Jungs Ich kehre jetzt hier gerade nochmal ganz schnell durch Dass es einigermaßen gut ausschaut Und dann werden wir hier jetzt definitiv Erst einmal einen Cut rein machen Weil ich muss solche auffüllen Muss neues Zeich bestellen Ein bisschen aufräumen Ganzes Zeich wieder streichen Den Boden anders da machen Und so weiter Und so weiter Und so weiter Das heißt für uns Wir machen hier jetzt einen Cut rein Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann das nächste Mal Wenn wir hier eine richtig komplette Aktion nochmal durchführen Ich sag Danke fürs Einschalten Und wir sehen uns wieder Wenn's heißt Gas Station Simulator Für heute soll's es gewesen sein Ich sag Ciao mit Ciao mit Und bis zum nächsten Mal Guys Bis zum nächsten Mal Bye 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 Bye